hallo löwenrotel willkommen zu der neuen folge von transport fifa 2 im beta update ich habe ein bisschen offscreen gespielt aber aber nicht sehr viel gemacht ich habe nämlich vor allem die signale ein bisschen kollegiert also hier noch fehlen der hinzug fügt deswegen ist auch der zug da eigentlich nicht losgefahren entschuldigt mal das und ich habe die strecken geschwindigkeiten jemand kollegiert und beziehungsweise realistischer gemacht dass teilweise im 140 abschnitte hier da oben haben wir 160 ansonsten hier bei der industrie linie 120 da in der kurve auch hier im bahnhofs bereich 120 und hier den bereich ihr habt es auch entsprechend signalisiert zum beispiel hier müsste jetzt eigentlich so ein sein manchmal meine sicher dass ich da eins platziert habe gut her auch nicht mal kurz schauen ist es hier durchgängig soja das ist hier durchgängig deswegen hat sie keins die sind nämlich dann hier über 70 meilen pro stunde ok und auch hier ja genau und da fängt dann 140 an für moment und dann hat es auch hier die 90er tafel 90 meilen pro stunde und dann hier wieder langsamer 75 für 120 soviel mal zu dem ich möchte gern hier die gluten optimieren also ein teil habe ich schon optimiert und zwar hier habe ich die lkw austausch das sind jetzt alles hier diese tanker die kleiner und ich hätte gern längere holz züge dazu brauchen aber erst ein bisschen geld grundsätzlich die linien machen gewinn bis auf der personenzug und auch den müssen wir erweitern denn der ist jetzt schon voll mit 46 und wenn man immer auf den bahnhof schauen das sind schon 60 leute hier hier geht es mit 44 also da brauche ein paar millionen also mit noch mehr im kein zwang gibt schon mal geschaut dauert es also braucht es ungefähr so 23 millionen und für die erweiterung von denen an nummer 10 ungefähr ich würde sagen ich lasse es erstmal vor spulen müsste ich hier mit geld habe und dann wenn man hier mal die züge austauschen beziehungsweise erweitern also wir sehen uns nach dem cut so wir haben noch nicht ganz das geld was ich gerne hätte aber mehr selbst beim warten etwas aufgefallen wenn ich hier der holzzug kommt und auf dem gleis steht dann blockiert er hier die durchfahrt und da war jetzt gerade in der city und der güterzug die hier gestanden sind und ich weiter konnte das heißt wir werden diesen bahnhof umbauen und zwar wenn wir hier im durchfahrtsgleis einfügen trotzdem als erstes mal das hier entfernen und hier mal einmal umbauen das heißt das eigentlich brauchen wir eh noch eine plattform dann brauchen wir hier noch die anderen gleise einmal holz 120 und ich denke dann lassen wir das also ich mache keine plattform mehr durch jetzt hier ein verdreht gleis ja natürlich von winde verweht wie immer 120 hier dann ist die frage wenn man das jetzt hier schlau anschließen das hätte ich gerne überhaupt nicht angeschlossen aber doch wir müssen hier einen kleinen schlenker machen das hier alles weg das heißt es wird eine kleine esskurve hier werden schlitt massage aber die esskurve ist ziemlich marginal das ist okay dann haben wir hier die hauptstrecke ich sehe was wir hier machen können wir fahren hier weiter jetzt haben wir bis hier hin das war jetzt nicht geplant und machen den anschluss hier rein ist gar nicht mal so doof aus so ein paar checks abschalten und von hier aus eine connection hier rein mit 100 warum auch nicht das heißt wenn der von der gegenseite kommt also dieser rein fährt dann müsste er die lok hier umsetzen das heißt der fährt dann hier mit der lockt raus würde dann hier wenden und dann muss er noch mal auf das gleis hier in einem moment dann ist er hier auf falschen seite er muss hier eins runter 70 glaubt das macht sinn fährt hier rein und dann muss er hier wieder zurück sprich das kann man sich sparen ja jetzt müssen wir natürlich auch hier die seite anpassen ich mach das mal hier kurz weg eben dann gehen wir immer auf die gleiche höhe ich glaube das war 140 hier oder 140 140 und dann 120 mit und wenn der dann hier seine einfahrt hat gibt es dann entsprechend ab 2 so okay also nochmal zum simulieren hier rein dann daheim dann kommt er auf das gleis hier rein aber das heißt ich brauche noch sowas hier damit der dann wieder runter kommt und dann kommt der da wieder rein fahren ja ich glaube das macht sinn cool dann signale wenn er ganz gut dass wir die wieder haben ok respekt das erste ich würde das gerne mit masten bitte das erste hier wenn er hier rausfahrt machen wir das gleiche wenn man dann von der seite her kommt wo ist das letzte signal ist es hier hinten dann können wir das hier hin stellen weichen spaß hier nochmal ok dann von dort das war jetzt ganz außen von da nach da dann hat das hier einen block und wenn er hier rein fährt ist das nächste signal hier ok ich glaube dann haben wir jetzt alle das einzige was jetzt noch fehlt ok das ist das da und 120 glaube ich mal 75 wir können jetzt mal schauen 25 ja 74 kann man irgendwas also machen wir hier 75 dü 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 pad pad rad und auch hier da kann er wieder mit 90 düsen ach so jetzt habe ich eh schon da hinten wo ich hier 75 aber ich habe da schon ok cool dann kommt es hier weg dann ist es hier erstmal fertig so linienmanager tut sich beschweren weil was hast du jetzt für ein problem ach ja natürlich wenn der natürlich da in die andere richtung wieder rausfährt muss der ja auch wieder da runter kommen also brauchen wir doch eine kreuzung ja das macht Sinn ok dann werden wir hier die kreuzung rein machen ähm eis team linienmanager ja das sieht doch gut aus ok dann könnt ihr hier holz laden und intercity etc können hier vorbeirauschen und dann wird es hier nicht mehr blockiert cool ich glaube ich bin zufrieden erstmal mit dem coole sache ja dann werde ich erstmal wieder vorspulen dass wir halt wieder gut geld haben und dann machen wir den holzzug als nächstes und die weiteren optimieren also bis gleich so da während ich gewartet habe ist mir noch ein fehler aufgefallen und zwar hier das signal hat noch gefehlt und da wo jetzt hier die gleise gewesen sind ich glaube hier mache ich noch eine größere abstellung naja weil die ganzen wagen müsst ihr irgendwo parkieren und so wirklich platz haben wir hier auf der karte gar nicht also hier hat sie diesmal eine abstellung und hier und ja das ist halt äh werkstätte ist aber kein lagerplatz werde ich jetzt hier beim holzfehler eine kleine abstellung machen ich werde es dieses mal nicht in der zeitlupe machen ich werde es mal kurz ohne bauen also gibt kurz den schnitt und dann seht ihr das fertige resultat so der lehm ich habe mal ein bisschen gebaut also ich habe hier so eine kleine ja abstellung hingebaut hier kann man noch das gleis wechseln hier hinten dann hat man long die lockt gestellt mit zwei bremswagen äh moderne britische wagen und hier noch alte beziehungsweise so güterwagen in zwei varianten und hier nochmal die kleinen wie ganz alle ungebremst ne beziehungsweise äh haben hier die handbremse aber können halt nicht von der lockt gebremst werden und hier dachte ich ziehe ich auch nochmal weiter und hab hier ja unsere large barrier in schwarz also civil war und äh haben hier keine diesel locken gestellt und ich würde jetzt gerne mal hier den allerersten holzzug mal upgraden sprich wir gehen jetzt mal hier rein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ich hätte gern 10 wagen die machen wir jetzt alle mal weg und äh ich würde jetzt mal auf diese britische polster wagons hier gehen und zwar auf early die kosten 684.000 machen wir hier mal 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 der bremswagen ganz nach hinten und jetzt haben wir eine kapazität von 120 50 du musst als vergleich der alte hat 54 sprich da wollen wir noch ein bisschen schneller geld kreieren und der sollte jetzt eigentlich gleich hier einfahren und dann schauen wir mal wie das aussieht mit den neuen wagen hinten drauf und hier kommt auch gleich einer zu wissens gemäß signal okay boing bist du gebremst oder nicht ich muss mal gleich genauer anschauen wenn er dann steht okay mal ganz kurz auf pause ich sehe bremsleitung hier und ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das ist ungebremst okay also wir lassen mal den bremswagen da hinten dran in der post edit weil ich hier mal ein paar infos einblenden zu dem was wir jetzt gerade hier dran hängen haben aber das lassen wir jetzt erstmal so von der leistungsbewertung wird das vermutlich schlecht sein jetzt wo man nicht kaum vom fleck kommen schauen wir mal die details ist momentan auf mittelmäßig dürfte glaube ich gleich auf schlecht gehen oder auch nicht es bleibt ja mittelmäßig bei 362 tonnen und da kommt der nächste Güterzug aber ein stellwerk lass uns raus alles klar cool dann machen wir mal schauen wie lange es dauert bis der auf full speed kommt höchstgeschwindigkeit ist jetzt 97 die hat schon ganz schön zum arbeiten hier wir werden es erstmal so lassen aber entweder brauchen wir eine größere Lok oder wir fahren mit doppeltraktion ich glaube doppeltraktion wird es eher werden ok cool dann kriegen wir hier mal ein bisschen mehr geld pro zyklus das gleiche mache ich noch mit den anderen und dann komme ich wieder es ist schon wieder ein bisschen zeit vergangen und ich habe jetzt endlich mal den holzzug geupgradet wir werden gleich sehen wie die finale konfiguration aussieht aber natürlich auch den zug für das werkzeug habe ich geupgradet ich habe einerseits hier unterschiedliche variationen von den güterwagen hier reingetan ich schaue dass ich jeweils hier die ufo einblende was hier was ist also vier von denen hier und da nochmal eins zwei drei vier von den kleinen varianten von denen habe ich auch noch mal vier hinterher und natürlich den bremser wagen im braun so und alle beide holzzüge sind wie voll konfiguriert wir können nicht mal abfahren lassen ich werde mich gerade mal an kalten damit ich den zeigen kann und zwar fahren wir jetzt in doppeltraktion die wagen sind nach wie vor den gleichen aber wir haben jetzt zweimal die large barrier mit der nummer 5100 und 5101 die sind beim anderen zug genau gleich gibt leider nicht mehr nummern aber ja so lasse ich erstmal in der konfiguration und das hat auch impact auf die finanzen nicht immer schaut es ist extrem gestiegen also von 1,2 millionen jetzt auf knapp 3 und bei dem zug müssen wir schauen was das für ein impact hat ob ist das manchmal so hoch das ist komisch aber da dürfte ich das jetzt auch verdoppelt nachdem man jetzt eine kapazität von 128 hat ja soviel mal zu dem das heißt einzige was jetzt noch über bleibt ist der intercity denn da hat er schon 67 wieder und hier ist überraschend wenig los jetzt schauen wir uns mal Heilbronn an von dem Diagramm her das läuft eigentlich recht gut jetzt ist hier gleichbleibend nochmal das Vergleich Lion City ja ähnlich wobei er zieht jetzt wieder an wir sind eigentlich sehr gut da mit der Versorgung nochmal die Ziele dort ist so sehr Qualität mittelmäßig minus 20% das ist klar wegen dem ganzen Verkehr jetzt hier drin wir schauen mal hier aus da war eh schon richtig das passt auch wir bräuchten dann halt noch diese allgemeinen Waren haben wir hier überhaupt Produktion in der Nähe das sieht nicht so aus doch da unten da bräuchten wir mit unter Plastik das muss ich mir nochmal angucken wenn wir das am schlauesten machen ansonsten dürfte es schon mal einen boost geben wenn wir hier die Strecke weiter bauen aber natürlich braucht man hier die Waren und hier wäre dann Stahlwerk da ist ja gut da wäre noch was im schlimmsten Falle werde ich eine Industrie selber platzieren würde ich aber eigentlich vermeiden okay ja also ich werde nochmal vorspulen weil ich habe jetzt grad ziemlich viel Geld ausgeben das ist ungefähr 15 Millionen für das Upgrade von den Zugpaaren hier wenn wir den Intercity noch upgraden und eventuell werde ich da mal auf das Intercity Library wechseln Momentan ist er ja in Green Was ist er denn gerade? Intercity wo bist du? ich glaube so wird man ganz leichter Intercity ja gerade bei der Reinfahrt okay ja ich glaube wir gehen da auf das Intercity Library also bis gleich wenn das Geld da ist ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen und ich war hier bei dem Bahnübergang ähm denn ich habe hier unseren Intercity schon ausgetauscht mit dem Intercity Library by the way fiktional ne gab es so nicht ähm dachte ich das sieht ein bisschen einsam aus wie das Häuschen hier so gestanden ist und habe hier ein bisschen dekoriert da so eine kleine Sitzgruppe mit einem kleinen Schirm ein bisschen Grüngewächs also dass es nicht so ganz gut gepflegt ist aber da fehlen mir ein paar Blumen Busch drumherum und der Wald hier ist jetzt auch neu damit das nicht ganz so nackt ist und hier zwei Parkplätze mit dem VW Bus und keine Ahnung was das ist vielleicht ein Volvo BMW keine Ahnung ja jedenfalls habe ich mir das hier so ein bisschen schön gemacht und die Signale habe ich versetzt also hier steht das eine und da das andere die waren vorher da hinten ich denke so ist es ein bisschen besser und ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal den Intercity ein mit der Intercity Library lassen wir mal vorbeidollern hier sieht doch schön aus ein kleines Mankel haben wir hier aber naja so kann ich es euch gar nicht zeigen ich muss mal ganz kurz passieren hier hinten ist offen das finde ich ein bisschen schade dass man hier so reinschauen kann ich meine das grundsätzliche Modell ist echt schön gefällt mir wirklich sehr gut aber hier hätten wir irgendwie zu machen können ich muss mal schauen ob das jetzt nur bei dem so ist oder ob das dann bei den anderen auch ist ja aber soviel zu dem kleine Details hier die erste Klasse direkt hinter der Lok und Zugbegleiter ja ist noch schön würde ich sagen ein bisschen Action sehe ich hier ich genieße einfach den Sound schön vor allem von der Lok sieht einfach geil aus und klingt geil gerade wo ich auf das Geld gewartet habe bin ich meistens hier so gewesen und habe hier einfach mal den Spädakel zugeschaut wenn hier die Doppeltraktion vorbeifahren ah es ist einfach schön hehehe kann ich Modell Eisenbahn 46 cool ja also wir brauchen ein bisschen mehr Geld wir sind in den Wiesen ich denke wir werden hier die Intercity Line als nächstes ausbauen Richtung Gerbstedt ok Leute es ist etwas echt witziges passiert während ich ein bisschen auf Geld gewartet habe und zwar hat es mir hier hinten eine Industrie gelöscht man sieht hier noch den Weg wo die Straße gegangen ist und dann hat er mir die ganze Straße gelöscht und zwar bis hier hin und jetzt habe ich hier einen Bahnübergang der eigentlich nutzlos ist der geht ins nix ja gut wir könnten die Industrie jetzt hier noch anschließen und ich glaube das werde ich dann auch machen aber ich habe mir gedacht jetzt habe ich das so schön hier gemacht und dann löscht er mir einfach die Straße hehehe ja jedenfalls ich habe mir auch noch gedacht also bevor wir jetzt die Intercity Linie bauen dass wir hier noch ein Holzzug brauchen denn wir haben jetzt hier 208 Holz und wir verlieren hier war die ganze Zeit also weil wir hier noch einen dritten Zug auf die Strecke bringen und wir haben jetzt genau genug muss ich mal kurz gucken einer von denen kostet 12 Millionen und das werden wir jetzt mal kopieren voilà da ist er ja und startet also startest du da hinten immer ja gut dann ist er halt da hinten das mal zu dem und der Straßenübergang hier den wollte ich hier auch noch neu machen es gibt da nicht wirklich viel Platz wo wir da drüber gehen können mit den ganzen Weichen ich hätte die Option gehabt dass wir hier mit einer Brücke drüber gehen das wäre ein Ding und dann wieder runter oder hier da in den Bereich würde es gehen und ich glaube ich ob mal für das hier ähm mittlere Landstraße hier immer so schön drüber ist doof aus ja ich würde sagen ich würde sagen das könnte man machen ähm ich was haben wir denn hier als Optionen das finde ich so ein bisschen meh ich könnte es halt bitte UK Style machen aber das sind so klein das sind jetzt eigentlich nur für zwei Gleise und dann haben wir noch eins für vier hat es das gar nicht ok ok dann würde ich sagen gehen wir trotzdem auf den hier ja ok cool ähm Straße ist da hinten machen wir hier noch den Anschluss das Ende kommt hier mal weg und dann einfach so cool cool und dann hier nochmal schön mal reinfahren ok äh jetzt haben wir hier noch dieses Schandding hier mit dem Wald das werden wir anokurieren wo ist Waldacid da hat es viel zu viele Sachen hier cool ähm bitte einmal hier rein ok wunderbar wenn es kaum noch das könnte man eigentlich könnte man eigentlich gerade hier auch noch machen und dann werden wir hier mit der Straße noch mehr rauffahren äh mit der Gefahr dass er hier die Industrie halt dann auch wieder löschen wird äh wo ist sie denn da hinten ansonsten werde ich hier noch ein Wohnhaus vielleicht hinklatschen wenn er die Industrie weg macht quasi das Wohnhaus von dem Typen der hier arbeitet ist jetzt gerade eingefallen der Typ der dann hier wohnt und arbeitet hat sie eigentlich nur ein bisschen recht weit zur Stadt nach Heißbarn beziehungsweise nach Lion City vielleicht vielleicht nur für Mitarbeiter könnte man hier so einen Mini-Haltepunkt einrichten ganz was Einfaches wo dann halt vielleicht einmal am Tag ein Zug stehen bleibt und quasi da den Mitarbeiter rein und raus lässt für den Fall mhm ja doch ich glaube das könnte man machen wenn wir noch ein bisschen Geld sparen und dann bauen wir hier so einen ganz kleinen Haltepunkt ein als nächste Idee bevor wir eine Intercity-Linie bauen die ich eigentlich gesagt habe dass ich sie bauen will dann ist das hier noch ein bisschen schöner ok also ich brauche noch ein bisschen Geld ich lasse wieder nach vorne laufen und ja dann sehen wir uns gleich wieder 2 Millionen haben wir jetzt und ich würde sagen wir machen es uns mal dran das zu bauen ich habe bei den Warnhöfen das hier gefunden ich zeig es euch mal ähm ähm äh äh ich hab noch gerade vorher noch klappt äh da UK Genetic Passenger Hall und zwar äh 80 Meter lang das ist halt einfach nur diese Plattform da und eben zuerst dachte ich mir wir machen da hier wie so ein eigenes Gleis aber ich denke mal das könnten wir auch hier so integrieren da würde ich nichts dagegen sprechen und zwar auf beiden Seiten hier ist ein bisschen versetzt ok ähm wir nehmen es hier das Gleis mal weg ja ich weiß du brauchst jetzt keine Schrecke mehr ähm gleich sehen was hier klappt jetzt mal kurz gucken 140 120 160 achso wegen der Oberleitung 140 ok äh du 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 upgrade bitte nicht kann ich jetzt hier noch rausziehen oh dankeschön gut dann einmal so wirklich nur die kleine Plattform da ja ja ok das ganze noch auf der anderen Seite oh wir müssen dann hier die Kurve ein bisschen umbauen ähm ja das machen wir auch so gleich jetzt auf der anderen Seite jetzt auf der anderen Seite haben aber das sieht fast schon zu gut aus nur für den kleinen Halt hier ähm ähm und Alternativen habe ich zumindest noch nicht ich weiß ja gut wir hätten noch diese kleine Haltestelle hier ähm mal kurz umdrehen da hat es sogar ich würde es mal ganz kurz platzieren Ticketautomaten mit einer kleinen Überdachung das ist ja eigentlich noch fancier als wie das hier andererseits wir wir haben hier keine Möglichkeit wenn man raufkommt kann ich das bearbeiten geht das wenn wir mal kurz gucken bei Verschiedenes sowas vielleicht lässt er mich bauen aber das sieht vermutlich jetzt beschissen aus ja das sieht beschissen aus ok ja dann gehen wir doch mit dem kleinen Häuschen hier und machen das nicht mit dem bis wir da was besseres haben einmal weg bitte danke ähm wir brauchen hier die größte Variante zwei Gleise das ist gar nicht schlecht 40 Meter 60 Meter wert ist hier 40 Meter ja machen wir mal 40 Meter ähm möchte ich das hier nochmal neu machen so jetzt nach oben gehst du das ein bisschen doof mach das mal kurz so ich würde sagen wir fangen da an ok passt hier haben wir so das Häuschen das Häuschen Haupthäuschen machen wir das im Wald rein ja machen wir so im Wald rein ok hier noch so einen klaren weg hier rüber Und hier lassen wir das weitestgehend so Ja, das gefällt mir Cool Wir brauchen noch die Signale Die haben wir jetzt ja mitgelöscht Da waren wir jetzt gerade Ah, das ist wieder der ohne Masten Free Aspect Dann können wir dich Dann können wir dich mal Hier hinstellen Und das andere Ah nein, das andere ist noch da, sehr gut Und dann hätten wir das hier mit der Kofi Das ist jetzt ein bisschen Bescheid in Wir machen das hier komplett neu Gott sei Dank kann man jetzt den Bulldozer Sound Spielseitig komplett wegmachen Ah, die Kurve fängt da an Dann haben wir hier durchgehend Eine saubere Kurve Gneisi 140 was, ja, ok Ja, sieht okay aus Ah, warum Manchmal macht ihr das mit den Zweiten Tracks beim Tunnel Und manchmal nicht Versteh's nicht Alles klar Cool Dann haben wir das hier drin Dann einmal hier bitte schön machen Damit das hier gut aussieht Ähm Bezüglich den Weg hier hinten Straßen Sowas hier Ausprobieren Das ist mir zu breit Auch zu breit Das ist überhaupt ganz was Falsches Das gefällt mir Das wäre zwar eigentlich für die Tram Aber das gefällt mir sehr gut Okay Ich würde sagen Hier so Das sieht ein bisschen schräger aus mit dem Blitter Ah, 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 ok Äh, einmal So, bitteschön Okay Ja, das ist reasonable Da kannst du hier hingehen Äh, jetzt haben wir hier das ganze Grünzeugs wieder weg Ähm, ich kann mal so Mit Wow Das, äh Das sind Jetzt sind so viele Bäume Äh, ok Ja, einmal weg Einmal weg Ähm Die können von mir aus so Bleiben Die gehen auch nicht ins Gleis rein Dann hätte ich auch noch gerne ein paar Puget So, irgendwie Platzesium ab Danke Gut, der kommt weg Ähm Das ist ein kleines Waldstück Ja, doch Das passt so Hier kommt Entschuldigung Hier kommt nichts hin Da gehst du einfach drüber Wenn du da auf die andere Seite gehen willst Ja Cool Haben wir das auch noch umgesetzt Ich denke Das ist dann jetzt auch erstmal gewesen Für diese Episode Und dann schauen wir mal In Episode 3 Dass wir hoffentlich mal hier die Intercity Verbindung machen Und hier weiter optimieren Jetzt, wo wir hier den dritten Zug auf der Strecken haben Werden wir vermutlich auch hier Einen zweiten Zug brauchen Für das Werkzeug Ich werde das mal ein bisschen beobachten Vielleicht können wir den noch ein bisschen extenden Aber ich glaube den habe ich schon ziemlich ausgereizt Von der Länge her Ähm Ja Guck ich mal an Werden wir dann sehen Also ich hoffe es euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst doch ein Like da Oder ein Abo Und wenn ihr Anregungen habt Oder was Bestimmtes Sehen wollt Machen wollt Schreibt es in die Kommentare Also bis dahin Hier auf dem Kanal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal